So, da sind wir wieder schön ausgeschlafen, ja, und, trimm ich mal um, geh mal runter von Paulina. Also, hier, man sieht, hierhin dürfte schon die Sonne aufgehen, so langsam. Ich geb's nicht auf, ich will wissen, wer das Schwert geklaut hat. Ist nicht... Was ist das? Verdammt! Sind Sie ernst? Sind Sie ernst? Wenn du mir im Weg rumläufst, dann reiht ich dich einfach um. Geh nicht. So, hier steht auch ein Pferdchen rum. Ich hab zwei Pferdchen ineinander. So. Und, äh, was ist das? Ja. Guck an. Ja, ganz bekannt im Mittelalter. Ein Absperrzaun. Ja. Und hier hinten, ja. Was? Muss ich mal genauer angucken. Ja, sieht so aus wie ein Baustellen-Schild. Ja, also. Das war natürlich im Mittelalter hier. Ganz gefragt, ja, Verkehrszeichen, ja. Und, äh, nicht zu vergessen, äh, im Mittelalter auch hier der Zebrastreifen, ja. Ja, also. Und natürlich, äh, das grüne Ampelmännchen, ja. Also, ganz bekannte Symbole des Mittelalters. Haben auch ihre Berechtigung gehabt. So, wir gucken mal auf die Karte. Also, darunter muss ich. Hier, hab ich ja meinen Wegpunkt gesetzt. So, Paulina, mach hin. Ja, richtiger Weg. Hier, komm. Oder sollen wir mal ins Gehöft schauen? Ne, ich rate hier schön, äh, den Weg am Baustellenzaun entlang. Also, man sieht hier diese schöne, schön animierte, böhmische Landschaft. Mitteleuropäische Laubwälder. Ja, also, das ist doch schon, ach, ein sehr guter Eindruck, ja. Wenn das jetzt hier noch dann ohne Baustelle ist, dann freut sich natürlich das Open-World-Herz umso mehr, ne. Aber, ist natürlich nur, äh, hier Single-Player. Aber, damit kommt man auch mal klar. So, hier kommen wir ins nächste Dörfchen. Und hier kommen die Kameraden schon hier. Sonne geht auf. Und sie machen sich auch gleich an die Arbeit. Ja, hier, Mann und Frau. Ja. Da frage ich mal, was hier so los ist in Town. Ja. Genau, wasch die erstmal. Willst du dich jetzt nicht stören. Ja, in die Frau rein, von hinten hier. Und, äh, auch gleich Gesicht gewaschen. Ja. Und, äh, Ohren gepitzt durch seinen grünen Lappen, den er auf dem Kopf hat. Aber ich kann hier nicht, äh, kann ich mit ihm reden. Ja, ja, Entschuldigung. So, wo muss ich denn hin? Aber da ist doch, da ist doch. Da ist doch ein X. Setze ich das nochmal? Nee. Hier ist es. Hier hoch. Wird wahrscheinlich die nächste eine noch in den Nebenquest hier geben. Wo denn? Ist in der Hütte drin wahrscheinlich hier. Heinrich kann auch hüpfen. Heinrich, hüpf. Hier, vielleicht der Kamerad. Nee. Hier kann ich auch nicht rein. Hm. 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 Kann auch nicht er sein. Ah, jetzt reden. God be with you, Farmer. What happened? You don't look very well. What do you want here? Who let you in? Hey, aren't you that minion of Radzig's? In a manner of speaking. In a manner of speaking, sorry for barging in. Well, I don't usually talk to vagrants, but I have to lie in my bed for days and suffer like Lazarus. You want to know what happened to me? I was poisoned. I was poisoned. That's what. God almighty, why? Why? Because that filthy harlot feeds people pig swill and gives them pig piss instead of beer. Who? Who? The innkeeper Mariana. That's who. I had some of her rotten beer and gruel and now I'm afraid my guts will turn inside out. Couldn't it be from something else? Did you eat anything anywhere else? Indeed it could not. It tasted funny when I was eating it. In any way, everyone knows what kind of witch she is. Who is this Mariana anyway? Surely you must know her. She has a tavern on the green. She pulls nasty beer, cooks rotten meat, and what's more, she's a harlot who parades herself in front of men and does who knows what with them when decent folks are long gone to sleep. If she's as bad as all that, then someone should do something about her, shouldn't they? My words exactly. Do you think I didn't tell the bailiff? And what do you think he said? Have you lost your balls, Jerry? He's probably got something going with her. But while we're on the subject, my boy, how would you like to earn a little extra money? There's never money enough. Supposing you find out how that slut poisoned me and bring the evidence to the bailiff. I'd pay handsomely for it, especially if you helped me get rid of these diabolical runs. I need to know a few more things for this investigation. Go ahead and ask. Was there someone else there with you? Of course there was. Tomkin the fisherman was with me. You can ask him about it. When exactly did it happen? Last Saturday evening. It spoiled the whole day for me Sunday, and now I'm lying here in my... What are the symptoms of this poisoning? You don't even want to know. If I swallow anything at all, it comes straight up again. And if it does stay in me, then I end up shitting blood. I have such a fever, my wife doesn't even have to light a fire. And terrible shakes as well. Horrible it is. I never felt so awful in my life. Why would Mariana want to poison you? I have plenty of money. She tried it on with me, but I don't fuck around. I stick nicely to my wife. Any idea where I might find some remedy for you? There's an old herb woman living down in the woods by the creek. She might have something. Only that old witch has no great love for me, so it would be best to not... That will be all. Alright, I'll try and figure out who poisoned you and get some medicine. I'll get right on it then. Thanks. And hurry up with that medicine before my life goes out my ass. Das will keiner sehen. Hey, what are you doing here? Clear off quick. Oh, oh. What? Hey. What's over here? Böser Delay. Das war bestimmt auch ein Magier, ein böser Zauberer. Also Fischer Fritz hat es gesehen. Das ist ein Zeuge. Und hier gibt es eine Dorfschenke. Und vorhin hat doch eher gemeint, eine Dorfschenke treibt sich immer so ein Soldat rum. Der könnte doch vielleicht etwas wissen. So, jetzt schaue ich mal auf mein Schildchen. Ah, da. Ja. Da ist eine Quest drin. Und hier ist eine Quest. Vielleicht ist da hier die Hexe. Und hier, gucken wir mal. Da ist sie, Marianne. Siehst du sie vielleicht? Nee. Du siehst beunruhigt aus. You look upset. Is anything wrong? No. Nothing's wrong. Naturally. What would be wrong? Are you sure about that? You know what? If you're so interested, go and talk to that ass I mistook for her husband. Oh, ist ja immer in Hallen. Wenn ich hier aus den Hütten rausgehe. Na, wer bist denn du? Bist du meine Quest? Is there anything interesting going on here? Ugh. A Bailiff's slot is not a happy one, you know. Everybody's problems come down on my head. And my problems? On my head, too. I have this issue of my own, you see. Can I help you? Now I think of it, actually you can. But it's a private matter. You have to promise to keep it to yourself. Ja, natürlich. Sag ich niemanden. Ich bin hier. Kein die Pätze. Certainly. I'll be as quiet as a grave. What's up? Well, I had a little drink with our merchant. I'm no drunk, let's get that clear. But naturally, one has an obligation to toast a successful deal. Naturally. And this morning, I woke up on the porch and, uh, and somehow my keys were missing. So you want me to go looking for your keys? The main thing is, I have to get into my house and my trunk. I have a few questions. Ask. Where did you have your keys? On a chain around my neck. I carry them everywhere with me. They were a sort of mark of office, you see. What's the last thing you remember? The last thing? Huh. I recollect sitting with the merchants in the tavern and, uh, celebrating that deal. And then? Then it's a bit fuzzy. I woke up, soaked to the skin at home on the porch where my wife dragged me. She wasn't too happy, I suppose. You bet. And when she found out I didn't have my keys, she gave me hellfire. Ja. Schon wieder der Arsch. Hier, wir sind jetzt hier hinter. Hallo? Pist. Gehst du weg? Wir reden hier privat. Mhm. Ja. Did she tell you where she found you? To tell the truth. I didn't have the courage to ask her. Aha. Hmm. Tritt sie doch ein, die Truhe. Und was ist mit dem Schmied? Couldn't the blacksmith help you? Maybe. Only I don't want it to get around you, understand? Nobody knows yet. And I'd like... But I could ask, couldn't I? You could. But for Christ's sake, don't... Also, er möchte nicht erwähnt werden, was ist in der Truhe, das... What's in your trunk? Never mind. Hm. Das sagt er nicht. Also, komm. I have no more questions. So, mach ich. I'll get to work on it. Anything else going on? Farmer Jerry doesn't feel well. He probably ate something that was off, and now he spends... Hm. Im Klorusle verbringt er die Zeit? Nothing serious. He ate something that was off, and now he's got the notion of the innkeeper. Could the innkeeper maybe have poisoned him by accident? Well, to tell the truth, that tavern is not exactly the kind of place you'd invite the king for dinner. And Marianna, that's the innkeeper, will do anything for a bit of easy money. But watered-down beer that gives you the shits the next day is one thing, and that nasty dose that Jerry has, is another thing entirely. Anyway, I know my people. I'm an innkeeper. Yeah, also, er sagt auch, die Marianne hier, die ist, äh, die macht, ähm, hier nicht so koschere Sachen. Da kriegt man ordentlich... ...n Dünf. Aber... Wie? Nicht mein Problem. Ich will doch mit... Ich will doch... Zusagen. Who is this Jerry? I don't know. Jerry's a farmer. Jerry's a farmer. Kann ich helfen? Suppose I look into it. And how do you propose to do that? But why am I even asking? Do what you can, lad. If you pull it off, it'll be a thorn out of my side and I'm not... Ich habe eine Vergiftungswahl gelöst. Ne, habe ich nicht. Also, ich muss in die Schenke. Also, ich muss ja natürlich alle Nebenquests annehmen, weil ja nicht so viel, noch nicht so viel vorhanden ist. In dieser Beta-Version. So, wo haben wir denn jetzt hier noch lauter... Jetzt sind ja lauter Quests aufgegangen. Da unten. Ein kleiner rum. Und hier diese Schenke. Vielleicht finde ich da auch diesen... Diese Schwertbogen. Da, Herr Schmid. Hallo, Herr Schmid. Was machst du hier? Ja, der redet nicht mit mir. Können ein bisschen plaudern. Vielleicht den Kuchen backen. Ja, der könnte ich nicht. Du weißt schon, ja. Am Schmieden ist er, natürlich. So. Do you make locks and keys here? I used to. But people need tools, horseshoes and nails more. Why do you ask? I need to open a certain lock and I don't have the key. Yes, that's the trouble with locks. You need a key to open them. So, tough luck. Hop it quick before I tell the bailiff there's some tramp hanging around here who wants to rob decent people. No, no. That's not how it is at all. I'm not a thief. Then how is it? Do I look like some kind of thief? Judge for yourself. You look like a person who asks funny questions. All right then, I'll tell you. Um, my wife took my house keys and locked up for the night. If I want to go to the tavern, I have to sleep in the hay. And I've had enough of that. A woman telling a man what to do? That's a sad state of affairs. Isn't there any blacksmith where you come from? There is, but as luck would have it, he's my father-in-law. You know what? Take an axe and smash the door in. Show what a man you are. Look here. If you help me out, I'll make it worth your while. I think we're starting to understand each other. Ten groschen and I'll help you. Here you go. Excellent. If you want to deal with a lock, you'll need a lockpick. And by chance, I still have a few here. You can buy them from me if you want. Do you want me to show you how to use them? No, klar. Logisch. If you would be so kind. I've got an old chest over there. You can try it on. Try poking around in the lock with the pig, until you'll feel the right point with a tumbler. Der Zeiger wird größer, wenn du dich dem Optimalbereich näherst. Du kannst das Schloss drehen, sobald der Zeiger... Der Zeiger wird größer, oder nicht? Du kannst das Schloss drehen, sobald der Zeiger seine Farbe ändert. Und wie drehe ich? Drehe der Schloss mit D. Der Optimalbereich dreht sich mit dem Schloss, weswegen du den Zeiger bewegen musst. Die drückt ab, wenn es dir nicht gelingt. Was muss ich denn machen? Jetzt D drücken. Ist das richtig? Okay. Ah, guck. Ich versuche es ein paar Mal, wenn du möchtest. Warte, nochmal, nochmal, nochmal. Das heißt, ich muss hier... Was denn? Jetzt habe ich keine Logpics mehr. Ah, okay, ich habe keine. Ja gut, aber jetzt im Endeffekt... Ja gut, das ist wie der heiße Draht. Ja, da muss ich einfach so lange hier mit dem Maus mitbewegen. Bis es offen ist. So, und jetzt habe ich doch den Schlüssel bekommen, oder? Inventar. So, und Questobjekte. Nö. So, ich habe doch hier... Ich habe mich noch gestochen. Wo war der Kamerad nochmal? Hier da unten. Oder war das der dünschige Bauer? Nee. About those lost keys of yours. Speaker! Ich habe doch jetzt bestaucht. Ich habe doch einen Schlüssel bekommen, oder nicht? Ja, anscheinend nicht. I'll get to work on it. Das hat nicht geklappt. Ich muss mal in die Nächse. Schmied. Verkäufer. Quest, Quest. Also ich muss doch in die Schenke. Ich muss in die Schenke. Quest, Quest. Einen habe ich ja noch. Dann müssen wir mit dem anderen. Dann läuft man davon. Heinrich, springen. Na, hörst du auf zu schimpfen? Das ist sie doch. Ich bin trying to find those keys und I need to know something. Das würde mean die Merchand had taken them. Und ich weiß nicht, warum er würde das tun. Aber natürlich sind sie ja auch noch. Ja, das ist für mich. Was muss ich wissen, danke. Can you tell me something about yourself? Myself? Well, I'm a farmer and happy to live on in such a place as this. The land is good for growing. My neighbors are kind. Interesting. Hello. It's nice here. What is this place? This? This is our little village. Not too big a part of this wild world. Anything special around here? Nothing special, really. Orchard over there, forest with scary lights in the dark. Bears and wolves and, well, nothing special. Wald mit Lichtern. Ob da vielleicht unser Stinky hockt? Hier. Oder die Hexe. Oder die Hexe. Was heißt die Hexe? Die krauter Dame, von der ich eine Medicine brauche für meinen gepeinigten Diarrhoepatienten. So. Vielen Dank.